Ansage Was machen wir denn? Worum geht's denn hin? Um Ehre? Scheiße, Bananen haben wir eigentlich schon Das ist jetzt einfach nur Just for Fun, einfach nur ein Update Wie der Bizeps verankommt Ich bin voll am Arsch, hat dir vorhin mein Armtraining Genau, ich habe heute noch kein Bizeps-Training gemacht Der Tim, leichtes Opfer Und los geht's! Ich bin eigentlich scheiße am Armbrücken Ah, mein Ellenbogen! Nicht dein Ernst! Meiner ist recht, Jay Ah, das tat so weh Ich hab gleich mal eine Ausrede Meiner tut echt weh Du machst hier voll diese Verarschen mit dem Handgelenk, Mann Du machst hier voll die Verarschen mit dem Handgelenk Der Tim, der schaut sich die ganze Zeit diese Armdrück-Videos an Da habt ihr als Nacken gemacht Ja, von wegen, dein allererstes Video auf dem Channel Armknitz, dein fünftes Video auf dem Channel Analyse von Armdrücktechnik von Jeff Stein Das ist ja logisch Komm, ja So, komm Komm Ralf Das ist mein gebrochener Arm Komm Ralf Hä, aber das tut Das gibt's doch nicht Du hast die ganzen Videos Alter Du hast die ganzen Umständen geschreit Ja, kümmere mich gleich drum Also, Tim, nach wie vor Ralf, Christian Einer Karl ist Christian mit zweiten Handgelenk Ich komm, in einem Monat geht's wieder Gibt's den nächsten Vergleich Allerdings der Tim momentan mit seinen Pranken Unbesiegt Also Leute Rolf hier Mach mal Rolf hier Rolf OG Warte mal, wenn ich jetzt hier einen Bizeps Ja, der ist am Start Siehst trotzdem fett aus Klar Gut, gut Ähm Wo geht's heute? Genau Sollen wir noch mal um 10 Bananen mit? Wir haben letztes Mal schon gewettet Ja Das war nicht auf Kamera Aber 10 Wobei wir hätten jetzt Bananen da Also Verlierer Bailey Was fett aus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.